Ein Comic-Laden in der Leipziger Innenstadt, an seiner Kapazitätsgrenze. Die Comic-Fans erwarten hohen Besuch. Sehr aufgeregt. Warum? Naja, Idole treffen. Natürlich nicht nur eine Signatur, sondern vielleicht sogar eine kleine Zeichnung zu bekommen, das wäre natürlich was Tolles. Mit einer halben Stunde Verspätung erlösen sie dann doch ihre Fans. Sergio Aragonés und Bill Morrison. Die Zeichner des Comics Die Simpsons geben eine Signierstunde. Auch Ben Farin wartet schon lange auf diesen Moment. Ja, also ich bin schon ein bisschen nervös. Na, also ich möchte auf jeden Fall noch eine Signatur, möglichst auch eine Zeichnung und ja, also der inspiriert mich schon. Nervös sind hier scheinbar alle, außer die Starzeichner selbst. Bill Morrison ist geduldig. Der Kontakt mit den Leipziger Comic-Lesern macht ihm sichtlich Spaß. Die Signierstunden werden nie langweilig. Es gibt immer neue Fans und es ist einfach wunderbar, ihren Enthusiasmus zu sehen. Ich mache das schon seit 20 Jahren und es ist toll, dass die Leute immer noch zu mir kommen. Für einen kreativen Menschen wie mich sind Comics etwas Einzigartiges. Denn du kannst wirklich alles machen. Schreiben, zeichnen, du kannst sie auch selbst verkaufen, wenn du willst, sogar aus dem Kofferraum deines Autos heraus. Die Simpsons sind wie ein Spiegelkabinett. Das macht das Comic so erfolgreich. Man erkennt sich selbst in den Figuren wieder, nur eben etwas verzerrt und kann deshalb darüber lachen. Und das machen die Simpsons eben mit der ganzen Gesellschaft. Nach einer Stunde ist es für Ben endlich soweit. Er trifft sein Idol und das Warten hat sich gelohnt. Die waren sehr nett und haben für mich halt ein Homo und ein Bot gemalt. Und die konnten sich ein Foto machen und die waren echt cool. Für Comicfans wie Ben ein einmaliger Autogramm-Marathon. Für die beiden Simpsons-Zeichner geht er morgen weiter in einer anderen Stadt. Bill Morrison zum Abschied. Und danke an die Leipziger für ihre Geduld. Und danke an die Leipzigerer für Ihre Geduld. Im LebensHola und in 시간 zu Ver пойдig. Untertitelung des ZDF-German-Marathon. Ver FCC Elliott-German-Marathon. Verkauf Temperature. Verkauf Symptom-Pro例. Verkauf jedemعة psychische Pfle- Fishment. Verkauf hätte auch das beste. Verkauf ich aus. Verkauf hätte immer eine Art oder z Delete. Verkauf hätte sein Security, Verkauf hätte er die Folge leicht. Vielen Dank.